Ustra Nishadanasana, wörtlich das ruhende Kamel, ist eine Rückbeuge, die für Fortgeschrittene sehr entspannend ist. Raffaella zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier richte dich auf, Becken heben und gib die Hände auf die Fußgelenke. Und Wölbe, Brustkorb nach vorne und Bauch nach vorne. Diese Stellung gehört zu den Rückbeugen, die für Fortgeschrittene sehr entspannend und ruhig ist. Eben im Gegensatz zu anderen Rückbeugen, die mehr Muskelkraft und Anstrengung erfordern. Deshalb Ustra Nishadanasana, die Stellung des ruhenden Kamels.